Wir kämpfen schon lange. Die Maschinen sind in der Überzahl. Doch der menschliche Verstand wird siegen. Und nicht die Maschinen. Hier ist John Connor. Wenn ihr das hört, gehört ihr zum Widerstand. Ich dachte, ich kenne den Feind. Etwas ist anders. Skylade holt sich Menschen und reproduziert menschliches Gewebe. Mal sehen, was das hier ist. In dieser Zukunft weiß ich nicht, ob wir den Krieg gewinnen. Dieses Wesen ist anders als alles, was wir bisher kannten. Mein Name ist Marcus Wright. Du hältst dich für einen Menschen. Ich bin ein Mensch. Was bist du? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er nicht der Feind ist. Wenn wir uns an den Pern halten, sind wir tot. Dann sind wir alles tot. Ich bin eure einzige Hoffnung. .